da ist ein berg direkt an der küste oder so eine erhebung halt ja okay bist du jetzt auf einer straße nein warte in welchem teil vom wald läufst du eher links oder eher rechts auf meinem rechten teil der der näher an der küchte ich wie der der näher an der küchte du weißt ja wo die wo es wasser ist lauf einfach an dem teil vom wald der näher an der am wasser noch beide gleich weit weg heavy die gleich weit weg die wälder sind alle sind gleich weit weg vom wasser lauf einfach hier ist eine hütte hier ist eine hütte eine hütte wo eine hütte da brennt licht ok warte mal da ist jemand sagt der sollte ich nicht killen mit v da ist jemand immer im haus habe ich trau mich da nicht hin ok warte guck mal was das so hat oder frag ob rein darf nein ich die dann ich mach dann nichts doch weil wenn wenn das die hütte ist die ich gerade das ist schon großes haus großes haus warte ist es und es ist ihr nicht auf den berg sondern eher unten im tal ja warte mal kurz dann war das ist haus was ich vorher glaube ich gesehen habe und zwar ist da wenn du da weiter läuft eine kleine hütte links rechts noch näher am wasser wie das haus also rechts rechts davon da bewegt sich was halte ich trau mich da gar nicht hin ach so das war bloß ein stein ach du bist du ein ist das so ein lagerhaus mit stein und so zeug fragen mich auf jeden fall ganz 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 großes haus großes haus sehr groß wirklich sehr groß an der straße oder lieber mich keine straße machst du dann vielleicht da wo ich vorher war aber es wird schon langsam tag habe ich das gefühl ja wird so wer ist dann aber mir schöne verlassene hütte bist du im wald ich bin jetzt in welchem also bisschen weiter weg okay warte ich sind noch mal eine signalfackel an und ich muss nicht auf den berg bereit ja siehst du irgendwas leuchten ich sehe die ganzen steine leuchten wahrscheinlich die sonne aufgeht aber die geht schon die sonne auf das ist so scheiße wo geht die sonne auf da muss ich einfach nur dahin laufen wo die sonne früher auf geht aber klasse du hast ja aber keine scheiße wo wird da geht der mond unter das heißt die sonne alles die gar nichts wo geht die sonne auf das rot verschwindet warte 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 was das rot verschwindet schon dass es bewegt sich an den steinen gewartet muss wissen wo dies da geht die sonne auf okay wo bist du wo weißt du wo die sonne da hinten ich guck auf die sonne und was siehst du ich sehe ich sehe rechts von mir so einen kleinen hügel mit rechts von dir ist wasser nee ja rechts von mir ist wasser genau und dann sehe ich sozusagen auf die sonne drauf sehe ich so einen berg mit so drei zipfel mit so drei hügel da stehe ich glaube gerade drauf und dann links von mir ist so ein berg so total zersplittet zersplittet und wenn du zum sozusagen gegen die sonne gucken guckst muss bei dir eigentlich auch was sein ja zur sonne hin so mensch von der sonne weg von der sonne weg weil wenn wenn ich ja auf die sonne guck sehe ich ja den berg mit den drei hügeln und dann muss ich in andere position nein shit jetzt komme ich jetzt runter gefallen ok jetzt was auch wenn du auch nicht mal ich bin auf dem berg drauf du siehst du nicht doch mal bewegt dich mal ich bewegt mich doch nicht warte du siehst einen berg mit drei zipfeln warte ich links von dir eine straße muss kurz was essen ich glaube ich weiß wo du bist alle schneidet ist dann einfach raus weil das dauert ich glaube du siehst den berg da hinten warte ich links davon so ein riesen berg mit zur riesen bergkette ach gott du bist dahinten wahrscheinlich nicht der liegt ganz weit weg aber ich sehe dann hinten leicht links sehe ich den die riesen berg hätte ja wo es schon da wo der schon in die richtung wo die sonne aufgeht eher links davon ja wie eher links davon also die berg hätte siehst du so eine berg hätte mit einem baum drauf stehen ja genau ja der da wo in der mitte links ist sieht so aus wie so pyramide zipfel ja so in der art genau aber das ist nicht auf die sonne zu sondern links davon ja ja genau und recht und jetzt da wo die sonne jetzt ist ich so ein berg so ein großer berg der berg mit der pyramide ja ja schon aber der andere berg ach so mit den mit der mit den drei hügeln ja ja der ist direkt vor mir ja das direkt da wo die sonne ist ja stehst du eben der wiese nee ich stehe auf dem hügel bei dem riesenhaus 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 also nicht hoch sondern groß ich dann konnte so ein lagerhaus so ein konto sich da mal reingehen weil ich weiß halt nicht ob da jemand wohnt wo in diesem haus stehen dass so container drin weiß ich nicht ich war da nicht drin ich habe mir nicht reingetraut warte ich glaube jetzt einfach mal dahin wo ich denke dass du bist mir ist immer noch kalt ja wenn sonne aufgeht nehme meint ich soll das wagen in das haus reinzugehen ja mach einfach mal weil ich sehe hier absolut kein haus was sie was siehst du wenn du auf die sonne zu blick grad nichts weil ich stehe hinterm berg warte jetzt kann ich das sagen warte bist du bei dem haus ist so eine hecke davor das ist ein dornwall dornenwall und da und da solltest du lieber nicht rein treten weil der macht der schaden warte aber da wohnt jemand oder bist du bei dem haus warte stehst du grad zwischen zwei bergen nein ich stehe auf dem haus warte nein ich stehe auf dem haus fels lol da ist ein wolf ich verpiss mich da also du siehst ja diesen berg mit mit diesem einen baum oder mit den zwei bäumen drauf oder ja jetzt nicht mehr ich bin zu weit unten du bist zu weit unten du bist zu weit unten